Ah, Spare Ribs und Barbecue-Potatoes. Gibt es was Besseres? Nein. Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Der Grill ist heiß und ich habe für euch ein geiles Rezept, denn wir machen heute Malzbier Spare Ribs mit Grillkartoffeln. Und wer für dieses geile Grillgericht eine Einkaufsliste schreibt, der sollte auf alle Fälle draufstehen haben. Zwiebeln, Knoblauch, brauner Zucker, Chipotle, Barbecue-Gewürt, Salz, Pfeffer, Malzbier, Barbecue-Soße, Olivenöl, kleine Kartoffeln und natürlich Spare Ribs. In diesem Fall Baby-Bag-Ribs. Und zum Starten legen wir los. Wir machen uns den Rub für die Spare Ribs. Eine Schüssel. Dafür brauchen wir als erstes mal eine ordentliche Ladung braunen Zucker. So. Dann kommt eine Ladung Magic Dust rein. Mein Geheimrezept. So. Einmal. Dann haben wir eine ordentliche Prise schwarzen Pfeffer. Salz. Und getrocknete Barbecue-Kräuter. Eine schöne Ladung. So. Dann hole ich meine Rippen und haue den Rub drüber. Toll. Und jetzt wandern meine kleinen Rippen für circa zwei bis drei Minuten pro Seite bei 250 Grad auf den Grill. Schön angebraten, meine Babys. Aber jetzt, jetzt kommt die eigentliche Tortur für die Ribs. Aufgepasst. Legt man die auf die Seite. So. Wir brauchen als erstes mal eine Kasserolle. So. Und jetzt, da kommt der Name her. Malzbier. Eine schöne Pulle Malzbier oben drüber. So. Nach dem Malzbier eine schöne große Gemüsezwiebel. Einfach drei Scheiben schneiden. Unten rein in den Saft legen. Und zwei Knoblauchzehen. Aber die brauchen wir nicht schälen. Aber das ist nur die halbe Miete. Denn jetzt muss das Ganze dampfgegart werden. Das bedeutet, wir haben die Flüssigkeit, die fängt das Kochen an unten und zieht durch die Ribs. Deswegen müssen wir das Ganze oben ein bisschen abdecken. Das machen wir ganz einfach mit Alufolie. Dann machen wir da mal einen Dampfkochtopf draus. Und solange die Ribs jetzt im Grill vor sich hin steamen, mache ich die Beilage geile Barbecue-Knoblauch-Chipottel-Kartoffeln. Einfach frische kleine Kartoffeln und halbieren. Mal ordentlich salzen. Dann Chipottel-Geräucherte Chili-Flakes. Das riecht schon so geil. Einen schönen Schuss gehackter Knoblauch. Und wo es immer scharf ist, da darf auch ein bisschen was Süßes nicht fehlen. Ein bisschen brauner Zucker. Jetzt übergießen wir das Ganze noch leicht mit einem leckeren Olivenöl. Und was fehlt da noch? Was darf nie beim Grillen fehlen? Frischer Rosmarin. Bisschen klein gehackt. Nur ein paar Nadeln. Und was machen wir damit? Ab auf den Grill. Nein. Oh, lecko mio riecht das. Unfassbar. Schaut euch mal diese Ribs an. Der Final Countdown. Die Ribs müssen jetzt nochmal für 15 Minuten auf den Grill. Aber nicht einfach so. Der Final Countdown bedeutet glasieren. Mit einer sehr zuckerlastigen oder fruchtzuckerlastigen Soße bepinseln. Und da nehme ich einfach bei mir eine leckere Barbecue-Soße. Und was darf natürlich nicht fehlen, das gute alte Malzbier. Aber nur ein Schuss. Schön aufrühren. So, Freunde. Freunde, jetzt ist es soweit. 15 Minuten auf dem Grill. Dann zweieinhalb Stunden im Malzbier-Dampfbad. Und dann nochmal 15 Minuten zum Glasieren zurück auf den Grill. Und jetzt müssen sie runter die Ribs. Runter vom Rost. Oh, lecko mio riecht das. Oh, lecko mio riecht das. Das ist wie ein kleines Kind vor Weihnachten, wenn man weiß, man kriegt ein richtig tolles Geschenk. Oh, Freunde, die schauen so herrlich aus. Aber ich glaube, die fürchten sich so ein bisschen, weil sie alleine sind. Die brauchen ganz dringend die Kumpels vom Grill. Die Kumpel aus Kartoffeln. Spare Ribs und Barbecue-Potatoes. Gibt es was Besseres? Nein. Ein sensationelles Grillgericht, Freunde. Und am Anfang klingt das sehr kompliziert. Aber ihr habt gesehen, das war easy peasy, ganz einfach. Und wenn ihr weiterhin einfache Grillgerichte sehen wollt, die jeder versteht, dann bleibt bei mir auf dem Kanal. Ganz einfach. Grillen mit Jumbo. Grillen mit Jumbo.